Schau nur, so viele Feuerwehrautos. Hm, lass uns mit diesem Löschfahrzeug spielen. Zuerst müssen wir den Motor starten. Lass uns nachschauen, ob wir auch Wasser haben. Alles in Ordnung, wir können los. Schau mal, dieses Spielzeug ist aber schmutzig. Komm, wir waschen es. Prima. Und jetzt lass uns das Pony waschen. Und den Löwen. Jetzt sind alle Spielzeuge schön sauber. Und weiter geht's. Oh je, ein Feuer. Das müssen wir sofort löschen. Unser Löschfahrzeug hat es geschafft. Sollen wir jetzt mit anderen Feuerwehrautos spielen? Abonniere gleich und besuche uns.